Markwart Küchen verbindet Leidenschaft, Begeisterung, Kreativität. Unser Gründer Michael Markwart hatte 1991 eine Vision. Er wollte Küchen mit Granit für alle erschwinglich machen. Und somit wurde 1991 hier in Thüringen im Leben der Grundstein für das erste eigene naturstammverarbeitende Werk für den Küchenhandel gelegt. Und von hier aus beliefern wir heute deutschlandweit unsere gesamten Werksstudios mit Granit. Und dieses Konzept und unsere 25 Jahre Garantie macht uns mittlerweile zum Marktführer in Deutschland für Küchen, für Traumküchen mit Granit. Wir behandeln unsere Kunden wie Freunde. Wir arbeiten mit absoluter Klarheit, Transparenz und vor allen Dingen Ehrlichkeit. Unsere Kunden müssen nicht verhandeln. Unsere Kunden bekommen sofort den niedrigsten Dauerwerkspreis. Und unsere Kunden partizipieren beim Kauf an der Küche davon, dass sie keine Anzahlung leisten müssen. Wir nennen unseren Kunden an dem Tag des Verkaufens sofort einen klaren Liefertermin, einen klaren Montagetermin. Und das Beste ist, wir wollen unseren Kunden nicht überreden, sondern wir wollen unseren Kunden überzeugen. Wir geben am Tag der Erarbeitung des Angebotes selbiges in detaillierter Form mit nach Hause, sodass der Kunde als souverän, alleine und in Ruhe entscheiden kann. Das Streben nach höchstem Qualitätsanspruch, präzisester Handwerkskunst in unserer Produktion, der Einsatz von modernsten Maschinen und eine Riesenportion an Leidenschaft zum Thema Küchenplan, zum Thema Küchenverkaufen. Und alles gepaart mit dem höchsten Anspruch unsererseits, all das, was wir verkaufen, unter der Überschrift Made in Germany zu liefern. Es gibt in der Regel drei Stilrichtungen. Das ist die klassische moderne Küche, es ist die Designküche und es ist die Landhausküche. Geprägt werden die Richtungen durch den Zeitgeist, durch regionale Einflüsse oder durch die Wünsche des Kunden in erster Linie. In Summe können Kunden unter dem Dach unserer Markwart-Werksstudios aus über 500 Fronten und Oberflächen wählen, diese miteinander kombinieren, dass letztlich das Gesamtkunstwerk, die Traumküche, daraus entsteht. Und als grönten Abschluss werden wir nachher all das, was ausgesucht worden ist, mit den Applikationen aus unserem eigenen Natursteinwerk abrunden. Das Besondere für unsere Kunden ist die Möglichkeit, ihre Rohware hier vor Fertigung ihrer Naturstein-Arbeitsplattenanlage für die Traumküche selber auszusuchen. Kunden können aus über 75 verschiedenen Sorten im Naturstein- oder auch im Quarzsteinbereich auswählen. CNC-Maschinen, Hightech-Maschinenpark nennen wir unser eigen. Und dazu sind natürlich die Menschen wichtig, die mit höchster Kompetenz, einem riesen Anspruch an Leidenschaft und an Qualität jede Naturstein-Arbeitsplatte für die Traumküchen unserer Kunden zu einem absoluten Erlebnis, zu einer Einzigartigkeit werden lassen, mit der Kompetenz, als würde sie aus einer Manufaktur entspringen. Klar und transparent. Wir kaufen zu den für unsere Produkte niedrigstmöglichen Marktpreisen ein, haben eine schmale Kostenstruktur, sind sparsam, wenn es um Kalkulationen geht. Und das sind die wichtigsten Rezepte, um die Traumküchen und dem Wunsch nach diesen durch unsere Kunden Realität werden zu lassen und das zu auskömmlichen Preisen. Was für uns auch ganz wesentlich ist, Kunden werden bei uns ehrlich bedient und so hat jeder Artikel bei uns seinen Preis. Getreu dem Motto, was nichts kostet, ist nichts wert. Ob Hobbykoch, ob Familienmensch oder Ästhet, wir finden gemeinsam mit unseren Kunden immer eine Küche, die genau zu ihm passt. Bei Markwart sollen sich alle Kunden wohlfühlen. Treffpunkt sein für Freunde, für Familie, zum Kochen, zum Genießen und all das in einer entspannten Atmosphäre. Für Lebensqualität und Harmonie. Deftige Wildgerichte und nachgetane Arbeit, alles blitzeblank sauber. Und das wirklich gern. Für Lebensqualität.